Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Wir werden heute wieder alle Trades annehmen. Das heißt, ich werde diesen Drachen traden. Und wenn ihr jemand gegen den Drachen nur einen Stick auch gibt, muss ich trotzdem den Trade annehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich mache heute noch wieder eine kleine Verlosung. Und zwar verlose ich eine Fly Potion, äh eine White Potion, tut mir leid. Falls ihr eine White Potion gewinnen wollt, dann müsst ihr mich abonnieren, die Glocke aktivieren, dem Video ein Like geben und einen Kommentar schreiben, wo ihr auch einen Roblox Namen reinschreibt. Und falls ihr TikTok oder Instagram habt, könnt ihr den Namen davon auch reinschreiben. Ich wünsche euch ein viel Glück bei der Verlosung und viel Spaß beim Video. Es wäre sehr nett, wenn ihr es euch bis zum Ende anschaut. Wir fangen an mit einem Pinguin. Das heißt, wir schicken uns den Leuten hier eine Anfrage. Zum Beispiel hier der Leonie. Das heißt, wir machen einfach mal Trades. Und dann machen wir mal den Pinguin rein und schauen, was sie gibt. Sie hat gerade ein Frostring reingetan. Das wird sie nicht machen, aber sie hat es trotzdem reingetan. Sie wird es wahrscheinlich ablehnen. Aber ich lasse mich mal ein bisschen überraschen. Okay. Das muss ich ja annehmen. Das heißt, wir haben zwei Red Pandas und einen Schokoladen Labrador. Dann werden wir mit den drei Sachen jetzt was traden. Dann gehen wir auf unser Inventar. Hier oben Trau. Und dann haben wir jetzt hier die drei Sachen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir was Gutes dagegen kriegen. Trade. Ja. Sie hat angenommen. Das heißt, wir machen jetzt hier die drei Sachen rein. Was gibt es hier dagegen? Ein White Affen. Okay. Das ist auf jeden Fall wirklich mehr wert. Okay. Cool. Dankeschön. Dann schreibe ich nochmal Danke. Außerdem Freunde. Ab Montag kann ich dann wieder normale Lifesions. Also gut. Sehr gut. Flüssige Lifesions machen. Gerade ist es halt unter den... Da habe ich ein paar Umstände. Ich hoffe, es ist nicht super schlimm. Dann hoffen wir auch mal, dass die was Gutes gegen den Monkey geben. Hier ist der Monkey. Ich sehe auch gar nichts mehr. Hier ist nochmal die Leonie. Dann schicken wir mal der... Anfrage. 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 Mal gucken, was die Sarko-Fan dagegen gibt. Eine Cat mit Fly und White. Okay. Das ist ja wirklich gut. Oh nein. 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 Kein Pizza Unicorn. Unicycle. Bitte nicht. Ach Mann. Und so schnell verschwindet auch schon wieder mein Affe. Und er ist auch weg. Dann schicken wir jetzt noch... Hatten wir schon? Trade. Ein... Dieses Pizzarat. Machen wir mal rein. Vielleicht gibt sie uns ja was dagegen. Ein Griffin. Also keine Ahnung. Nein. Hat sie natürlich nicht. Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Gucken wir mal, was die Sophie dagegen gibt. Ein Schokoladen-Laborador. Okay. Cool. Dann hätten wir wieder einen Hund. Annehmen. Perfekt. Dann haben wir schon einen Schokoladen-Laborador. Und dann gehen wir wieder hier auf Tiere. Und da oben ist er. Dann können wir den Leuten wieder eine Anfrage schicken. Wozu? Schicken wir mal eine ihr. Dann gucken wir mal, was sie gegen den Schokoladen-Laborador gibt. Ein Oreo. So nenne ich sie das mal. Oder... Oh, ein Hasen. Okay. Der ist besser, weil der ist sogar selten. Nimmt sie es an? Ja, sie hat es eingenommen. Cool. Dann haben wir jetzt einen Hasen. Dann schicke ich der noch eine Anfrage. Anfrage. Hatte ich schon. Gut. Das wird sie jetzt nicht machen. Kann ich mir schon mal nicht vorstellen. Weil ein Lama ist viel besser. Oder gibt sie was anderes? Oh nein. Oder gibt sie gar nicht? Ein Großkopf-Zauberdrang. Na toll. Dann haben wir jetzt einen Großkopf-Zauberdrang. Aber egal. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Und zwar mit dem Drachen. Dann werden wir jetzt auch allen möglichen Leuten eine Anfrage mit dem Drachen schicken. Ich hoffe einfach total, dass wir was Gutes kriegen. Und nicht, dass ich jetzt gar nichts mehr hab dann. Ihr Anfrage, Anfrage. Bitte gib was. Und nicht, dass ich meinen Drachen einfach so verliere. Bitte irgendwas. Das ja, guck mal zum Beispiel ein Puma. In Neon. Das ist doch schon mal cool. Und ja, dann haben wir jetzt einen Drachen. Äh, einen Drachen. Einen Puma in Neon. Gucken wir mal, was die anderen Leute gegen einen Puma traden. Das heißt, ich guck mal. Jemand hat geschrieben, kannst du mich grüßen? Dann Grüße gehen raus an Fun Luna. Trade. Fun Luna, was gibst du gegen meinen Neon-Puma? Einen Affen. Oh nein. Oh nein. Ein Hund, im Ernst. Bitte nicht. Nein. Der schöne Neon-Puma ist weg. Und er ist jetzt schon weg. Ja. Na toll. Schade. So. Jetzt hatten wir dann schick ich Angelina mal eine Anfrage. Mal gucken, wer geschrieben hatte, kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an Lamy0103. Und die hat gar nichts gegeben, oder sie? Trade. Okay, ein Fork. Das ist cool. Und eine Katze. Cool, dann haben wir jetzt eine Katze. Die ist aber sogar Preteen. Gucken wir mal. Ja, hatten wir schon, glaube ich, getradet. Was gibt Mila Malana gegen eine Katze? Und ich weiß echt nicht, warum ich mal so oft springe. Ich habe keine Ahnung. Sie gibt gar nichts und jetzt habe ich kein Tier mehr. Oh, Manu. Aber na gut. So ist ja die Schellen. Dann werde ich jetzt einfach nochmal anfangen mit ein Panda, also ein Koala. Gucken wir versuchen natürlich Leuten eine Anfrage zu schicken, mit denen wir noch nicht getradet hatten. Oder nicht Coco, sondern den hier. Mausi gibt ein Red Panda. Okay. Ich mag Red Pandas. Annehmen. Und dann haben wir jetzt ein Red Panda. Ihr noch eine Anfrage. Panda gegen Panda. Meiner ist sogar ein bisschen besser, weil meiner schon Teen ist und ihr ist noch Newborn. Ich gehe mal davon aus, das wird sie annehmen. Oh, ne, doch nicht. Okay. Mit ihr hatte ich schon getradet. Was gibt sie gegen einen Red Panda? Und wer sitzt eigentlich die ganze Zeit auf meiner Schulter? Und ich habe meinen Red Panda verloren. Oh, Manu. Schade. Aber na gut. Ich glaube, wir könnten jetzt noch was nehmen, was Kleines. Ich kann dann nochmal mit einem Red Panda jetzt nehmen. Dann schicken wir meinen Nacka. Oder hier ist so Fieber eine Anfrage. Halt kein Fly. Sondern den hier. Was gibt es so Fieber gegen? Gar nichts. Ne, hat er. So, hier. Angelina, was gibst du gegen meinen Red Panda? Und da ist mein Red Panda weg. Oh, Mann. Ich glaube, das ist die sogar, die mir auf der Schulter sitzt. Also, wir können das mal hier auf Pick up, Mann. Oh, ne. Dann aber kann ich ihm meine Anfrage schicken. Trade. Und noch mal mein Red Panda. Was gibt Roblox? 1, 7, 0, 7, 0, 7. Ein Frost. Hat sie wieder weggetan. Bitte gib mir was, dass ich nicht noch einen einfach so verliere. Ich glaube, dieses Mal habe ich echt viele verloren schon. Oh, lebe wohl, Red Panda. Es war schön, nicht gekannt zu haben. Und da ist mein Red Panda schon weg. Mit Mausia hatten wir auch schon getrailt. Mit ihr noch nicht. Was gibt sie gegen einen Red Panda? Ein Kelpie und ein Dingo. Ein, okay. Das ist cool. Das Angebot. So, dann haben wir jetzt einfach schon wieder ein Dingo und ein Ausgang Kelpie. Gucken wir mal, wenn wir hier eine Anfrage schicken. Zum Beispiel ihr. Was gibt Pizza-Pizza-A schicken? Und sie hat alles sofort abgelehnt. Mailer schicke ich noch eine Anfrage. Was gibt Mailer dagegen? Okay, auch gar nicht. Musai hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oder Musati. Was gibt er gegen ein Dingo und ein Ausgang Kelpie? Ein Dingo? Oh. Okay, und ein Hasen? Okay. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Und sie muss auf. Und ja, cool. Dann haben wir das getradet. Und ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren und liken. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr bei der Verlosung mitmachen wollt, ihr könnt eine White Potion gewinnen, dann müsst ihr abonnieren. Das Video liken, die Glocke aktivieren und einen Kommentar schreiben mit eurem Roblox-Namen. Und wenn ihr TikTok oder Instagram habt oder eine andere Plattform, also so eine Plattform, dann könnt ihr da euren Namen auch mit reinschreiben. Und ja, danke schön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Achso, und Katzen sind außerdem süß. Und Hunde natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020